Gnaeus Pompeius Magnus war ein römischer Politiker und Feldherr, bekannt als Gegenspieler Gaius Julius Cäsars. Er galt bis zu seiner Niederlage gegen Cäsar als der brillanteste Herrführer seiner Zeit, scheiterte aber immer wieder an den innenpolitischen Mechanismen Roms, in die er sich nie völlig einfügen wollte und konnte. Bedeutsam über seine Zeit hinaus waren manche seiner organisatorischen Maßnahmen, die das spätere Kaiserreich vorweg nahm, Leben. Die Pompei waren ein plebeisches Geschlecht, das aus Pekinum, nordöstlich von Rom, stammte und erst relativ spät in der römischen Politik in Erscheinung trat. Der erste weithin bekannte Repräsentant war Quintus Pompeius, der 141 v. chr. zum Konsul gewählt wurde und damit in die Nobilität aufstieg. Er war allerdings kein Vorfahr von Gnaeus Pompeius, der zu einem anderen Familienzweig gehörte. Sextus Pompeius, der Großvater von Gnaeus Pompeius Magnus, war 118 v. chr. Stadthalter von Makedonien, wo er starb, bevor ihm der Aufstieg zum Konsulat gelang. Mehr ist von Pompeius' Vater bekannt. Gnaeus Pompeius Strabo war ebenfalls als Stadthalter in Makedonien tätig, vor allem ist aber sein Engagement im Bundesgenossenkrieg zu nennen. Strabo, der während des Krieges im Jahr 89 v. chr. Konsul wurde, obwohl er viele Feinde im Senat hatte, versuchte in diesem Konflikt wohl seine eigene Position auszubauen und zu verstärken. Sein Vorgehen war zum einen zweifelhaft, zum anderen überaus undurchsichtig. Außerdem machte er sich unbeliebt, als er die Beute, die er aus Asculum herausgepresst hatte, seinem Privatvermögen und nicht dem römischen Staatsschatz zuführte. In Strabo her kam es zu Unruhen sowie einem Anschlag auf ihn und seinen Sohn Gnaeus, der bereits 17-jährig an der Seite seines Vaters kämpfte. Eine Meuterei konnte mit Mühe eingedämmt werden. Strabo starb 87 v. chr. Vermutlich an einer Seuche, der junge Gnaeus Pompeius musste Mithan sehen, wie der Leichnam seines Vaters von der Menschenmenge durch die Stadt geschleift wurde. Nach dem Tod seines Vaters und der Einnahme Roms durch die Popularen wurde Pompeius wegen Beuteunterschlagung angeklagt. Er reichte durch Heirat mit Antistia, der Tochter des Richters, jedoch einen Freispruch. Im anschließenden Bürgerkrieg trat er auf die Seite Solasch, den er mit einem selbst ausgehobenen Herr unterstützte. 82 v. chr. Verheiratete ihn Sola mit seiner Stieftochter A. Emilia. Diese Ehe mit der Tochter des berühmten patrizischen Politikers Marcus Emilius Skaurus bedeutete für Pompeius eine familiäre Verbindung mit der Nobilität. Nach Emilius Tod noch im selben Jahr vermittelte ihm Sola die Ehe mit Moscheteziat, der Witwe des jüngeren Marius. Obwohl Pompeius für ein reguläres militärisches Kommando eigentlich noch viel zu jung war und die erforderlichen Ämter nicht vorweisen konnte, führte er von Sola beauftragt zwei Feldzüge gegen die verbliebenen Anhänger des älteren Marius in Sizilien, wo er auch den dreimaligen Konsul Gneus Papirius Cabo töten ließ und in Nordafrika. Nach seiner Rückkehr erhielt Pompeius gegen den anfänglichen Widerstand Solasch 79 v. chr. einen Triumph zugesprochen. Nach Solasch dot erlangte Pompeius 77 v. chr. ein prokonsulares Imperium, das mit der Stadthalterschaft der Provinz Hispania Cetiria verbunden war und kämpfte gegen Quintus Serturius in Spanien. Erst als dieser einer Verschwörung der eigenen Gefolgsleute zum Opfer fiel, konnte Pompeius zusammen mit Quintus Cecilius Metellus Pius den verlustreichen Krieg erfolgreich beenden. Bei seiner Rückkehr nach Italien mit seinem Heer 71 v. chr. rieb er versprengte Reste von Spartacus Sklavenherr auf. Pompeius erhielt einen weiteren Triumph und wurde im folgenden Jahr 70 v. chr. zusammen mit Marcus Licinius Crassus, der den eigentlichen Krieg gegen die Hauptarmee der Sklaven erfolgreich geführt hatte, Konsul. Zwei wichtige Bestimmungen der solanischen Restaurationspolitik sollten in der Folgezeit von den beiden Konsulen rückgängig gemacht werden. Zum einen die Aufhebung der politischen Beschränkung des Volkstribunats, zum anderen die Besetzung der repetunden Gerichtshöfe, Kiratenkrieg und 3. Im Jahr 67 v. chr. brachte der Volkstribun Aulus Gabinius, ein Gefolgsmann des Pompeius, einen Gesetzesentwurf zur Einsetzung eines Feldherren gegen die Seeräuber ein, die zu dieser Zeit das Mittelmeer unsicher machten. Pompeius wurde der Oberbefehl übertragen, gestützt auf übergreifende Vollmachten besiegte er die Piraten in wenigen Monaten. Um ein neues Aufkeimen des Seeräubertums zu verhindern, siedelte Pompeius sie in verschiedenen Städten Kilikins, Griechenlands und unter Italiens an. Etwa in das aus diesem Grunde in Pompeiopolis umbenannte Solui und verschaffte ihnen so eine neue Existenzgrundlage. Im folgenden Jahr wurde er durch die Lex Manilia anstelle von Lukulus mit dem Krieg gegen den Pontischen König mit Redates beauftragt, den er in Richtung der Krim zurückdrängen konnte. Nachdem sie koordnete er den Osten des Mittelmeerraums im Sinne Roms. Das einstige Reich des Medridates machte Pompeius zur Provinz Mithynia e Pontus ebenso wie den Rest des Seleukidenreiches. Er eroberte im selben Jahr das Reich der Nabaträer der späteren Provinz Arabia Petrii. Er griff auch bei Unruhen in Judäa ein und betrat zur großen Empörung der Juden das Allerheiligste des Jerusalemer Tempels. Bei seiner triumphalen Rückkehr nach Italien 62 v. CHR entließ Pompeius sein Heer darauf vertraunt, dass sein Einfluss beim Senat ohnehin gesichert sei. Triumvirat doch eine Reihe wichtiger Nobiles waren der Ansicht Pompeius drohe den Rahmen der Republik zu sprengen und so versuchte man, ihn politisch auszumanövrieren, ganz ähnlich wie einst Gaius Marius. Der Senat verweigerte darum zunächst Pompeius Veteranen die erwartete Versorgung mit Land und beschloss so dann, über jede einzelne der zahllosen Entscheidungen, die er im Osten gefällt hatte, einzeln zu beraten, was Pompeius der Lächerlichkeit preisgegeben hätte. Um seine zunehmende Isolation zu umgehen, schloss Pompeius mit Crassus und dem für 59 v. CHR. Zum Konsul gewählten Gaius Julius Caesar ein informelles Bündnis eine Koizio. Caesar setzte als Konsul Maßnahmen im Interesse von Pompeius durch und scheute dabei nicht vor offenen Verfassungsbrüchen zurück die Verbindung. Zwischen den beiden wurde noch dadurch gestärkt, dass Pompeius Caesars Tochter Julia heiratete. 55 v. CHR. Lies Pompeius ein eigenes Theater erbauen, das Theater des Pompeius oder Marmornes Theater genannt wurde. Es wurde auch als Senatsgebäude benutzt, weil es außerhalb des Pomerium lag und somit auch militärische Befehlshaber an Sitzungen teilnehmen konnten, was in der Curia Hostilia nicht zulässig war. In den folgenden Jahren, als Caesar in Galien erfolgreich Krieg führte, wurde Pompeius' Stellung in Rom jedoch immer schwächer. Und der Bund der drei Politiker zerbrach endgültig nach dem Tod Julius und dem des Crassus bei einem Feldzug gegen die Pater 53 v. CHR. Pompeius ließ sich nach schweren inneren Unruhen 52 v. CHR. ohne den üblichen Kollegen zum Konsul ernennen und verstärkte sein Heer. Dass er als Prokonsul von Spanien und für einen geplanten Rachefeldzug gegen die Pater sammelte. Pompeius rückte nun wieder näher in die Senatsmehrheit heran. Er heiratete Cornelia, die Tochter des bedeutenden Aristokraten Metellus Scipio. Dieser war ein fanatischer Verteidiger der Alten Republik und hatte gegen Caesar spätestens seit dessen Konsulat eine abneigende Haltung eingenommen. So war es bezeichnend, dass Metellus von Pompeius als Genosse für das Konsulat gewählt wurde, das er bisher allein geführt hatte. Auf der anderen Seite versuchte Pompeius zunächst Caesar zu beruhigen. Dem Gesetz nach konnte Caesar sich nicht um das Konsulat bewerben, bevor zehn Jahre nach seinem ersten Konsulat vergangen waren. Das hieß nicht vor dem Jahre 48 v. CHR. Wenn seine Stadthalterschaft vorher endete, so wäre eine überaus unangenehme Zwischenzeit entstanden, in der er als Privatmann der Anklage vor Gericht und dem Ruin ausgesetzt war. Als Stadthalter war er hingegen vor Anklagen geschützt. So befürwortete Pompeius einen Gesetzentwurf, nachdem sich Caesar in absentia um das Konsulat bewerben konnte, so dass sich die Amtsperioden seiner Stadthalterschaft und des zu erwartenden Konsulats überschneiden sollten. Zu diesen Gesetzen fügte Pompeius jedoch nun eine Anzahl von weiteren Gesetzentwürfen hinzu, die genau jene Zugeständnisse für Caesar wieder zurücknahmen. In der darauffolgenden Zeit beugte sich Pompeius Stück für Stück dem konservativen Flügel des Senats. Wenn Caesars Handlungen in Gallien stark angegriffen wurden, protestierte Pompeius nur schwach, wenn überhaupt, und gab ab und zu dem Druck nach. Im Mai 50 v. C.H.R. Litt Pompeius an einer schweren Krankheit, die er sich in Neapel zugezogen hatte. Ans Bett gefesselt, machte er den Vorschlag, dass er und auch Caesar ihre Ämter niederlegen sollten. Dazu kam es aber nicht. Nachdem sich Pompeius erholt hatte, stärkten die große Anteilnahme der Bevölkerung sowie Nachrichten über angebliche Meutereien in Caesars Heer sein Selbstbewusstsein in hohem Maße. Er bestätigte zwei konservative Konsulen für das Jahr 49 v. C.H.R. Am 10. Dezember erreichte der Konsul Gaius Claudius Marcellus, dass Caesar seinen Oberbefehl niederlegen, Pompeius hingegen seinen behalten sollte. Dieser Beschluss hielt aber nicht lange, denn Curio überredete den Senat, dass Pompeius und Caesar gleichzeitig zurücktreten sollten. Zur Umsetzung dieses Beschlusses kam es aber nicht mehr, da Caesar am darauffolgenden Tag auf Rom marschierte. Am 7. Januar 49 v. C.H.R. verkündete ein Senatsbeschluss den Staatsnotstand und Pompeius wurde beauftragt, die Republik gegen Caesar zu verteidigen. Vier Tage später überschritt Caesar den Rubikon, den Grenzfluss seiner Provinz Galliazisalpina, womit er gegen die Verfassung der Republik handelte und den Bürgerkrieg vom Zaun brach. Pompeius wurde vom Senat beauftragt, die Stadt Rom zu beschützen. Doch Pompeius wusste, dass seine Streitkräfte in Italien zu schwach waren. Zwar unterstanden ihm zehn Legionen, aber der Großteil dieses Heers war in Spanien stationiert und nicht schnell genug verfügbar. Außerdem war er sich sicher, dass Caesar nicht nur mit einer Legion einmarschieren würde, sondern mit seinem gesamten Heer. So musste er notgedrungen eine Evocatio veranlassen, was die Reaktivierung von Veteranen als sogenannte Evocati zur Ergänzung seiner Legionen bedeutete, aber nicht von allen Senatoren ohne Widerspruch hingenommen wurde. Pompeius war sich des Rückhalts der italischen Städte zu sicher gewesen. Aber selbst viele seiner Verbündeten aus dem Lager der Optimaten wollten sich ihm nicht unterordnen, weil sie die Konzentration der militärischen Macht auf eine Person für unrepublikanisch hielten. Erst Ende des Jahres 49 v. Chr. wurde Pompeius der Oberbefehl übertragen, doch bestand das Zerwürfnis in seinem eigenen Lager fort. Der charismatische Caesar dagegen konnte sich auf die Treue seiner Legionen stützen, die sich ihm persönlich verbunden fühlten. Die Uneinigkeit zwischen Pompeius und den übrigen Senatoren und Amtsträgern sollte sich vor allem in der Schlacht von Pharsalus rächen. Pompeius räumte die Stadt Rom und zog mit einigen ihm treuergebehenen Senatoren nach Brundisium, um sich gen Griechenland zu verschiffen. Caesar konnte die Überfahrt nach Griechenland trotz Belagerung nicht verhindern. Pompeius versuchte, die ihm treuergebehenen Truppen im Osten zu erreichen und seine Klientel auf sich zu verpflichten. Caesar wandte sich erst nach Spanien und nahm dort weitgehend kampflos die Städte ein. Währenddessen war es Pompeius möglich, große Truppen auszuheben. Es gab Befürchtungen, dass er damit in Italien landen wolle, um Caesar zu stellen. Dies bewahrheitete sich allerdings nicht. Pompeius verbrachte den Winter in Thessaloniki. Er bewegte sich erst in Richtung Westen, als Caesar bereit war, das Ionische Meer zu überqueren. Dieses wurde von Marcus Calpunius Bibulus bewacht, dem Caesar allerdings erfolgreich auswich. Caesar setzte im Januar 48 v. CHR nach Griechenland über und beide Armeen marschierten nach Dyrrachium, wo Caesar in der Schlacht von Dyrrachium an den Rand einer Niederlage geriet. Pompeius, der sein militärisches Können bereits mehrfach unter Beweis gestellt hatte, versuchte eine Entscheidungsschlacht zu vermeiden, wurde aber von den Senatoren dazu gezwungen. In der Schlacht von Pharsalus in Thessalien erlitt Pompeius am 9. August 48 v. CHR. Eine vernichtende Niederlage. Nach der Niederlage bei Pharsalus floh Pompeius nach Ägypten, wo ihn die Höflinge des Kindkönigs Ptolemius XIII. Am 28. September, einen Tag vor dem 58. Geburtstag des Feldherrn, er morden ließen. Sein abgeschlagener Kopf wurde später Caesar übergeben. Angeblich soll Caesar geweint haben, als er den abgeschlagenen Kopf sah. Er ließ ihn als Zeichen seiner Milde bestatten. Ein Freigelassener des Pompeius, Pompeius Leneus, warf nach dessen Tod dem Geschichtsschreiber Sallust vor. Seinen ehemaligen Herrn als schamlosen Heuchler darzustellen. Familie. Pompeius war fünfmal verheiratet. In jungen Jahren schon heiratete er Antistia. Aus politischen Gründen ließ er sich scheiden und heiratete a Emilia, die Stieftochter Solasch. Auch sie musste sich für die Ehe mit Pompeius erst scheiden lassen. Sie starb wenig später bei der Frühgeburt eines Kindes, das sie noch von ihrem ersten Mann erwartete. 80 v. CHR. Heiratete Pompeius seine dritte Frau, Muscheterzia. Mit dieser hatte er drei Kinder. Gnaeus Pompeius den Jüngeren, eine Tochter Pompeia. Die erst mit Faustus Cornelius Sulla und nach dessen Tod vermutlich mit Lucius Cornelius Sinne verheiratet war und Sextus Pompeius. Nach seiner Rückkehr aus dem Osten trennte sich Pompeius von Muscheterzia wegen Unpreue. Drei Jahre später heiratete er in vierter Ehe Julia, die Tochter Cäsars, die jedoch im Kindbett starb. Seine letzte Ehefrau wurde Cornelia Metellar. Während Gnaeus Pompeius der Jüngere auf Veranlassung Cäsars bereits 45 v. CHR. In Hispanien hingerichtet wurde, überlebte Sextus und konnte mithilfe der Pompeianischen Partei ab 43 v. CHR. Eine starke Machtposition in Sizilien errichten, von wo er sich für die Wiederherstellung der Familienehre einsetzte. Porträt Die einzigen in schriftlich gesicherten Porträts des Pompeius sind auf Münzen überliefert, die seine Söhne Gnaeus in Spanien und vor allem Sextus auf Sizilien prägen ließen. Auf ihrer Grundlage wurde ein Porträtkopf aus dem frühkaiserzeitlichen Litschiniergrab identifiziert. Der die literarisch für Pompeius bezeugte Alexander Nachahmung in Gestalt eines pathetischen Haarschopfes mit einem von vielen Betrachtern als bäuerlich biederempfundenen Gesicht kombiniert. Einen anscheinend etwas jüngeren Pompeius zeigt ein Porträtkopf in Venedig. Zeitgenössische Pompeius-Darstellungen dürften kleine Tonköpfchen sein, die in vereinfachter Form seine charakteristischen Bildniszüge wiedergeben. Ein Porträt des jungen Pompeius zur Zeit seines ersten Triumphs ist möglicherweise in einem Kopf in den Offizien überliefert. Doch wird die Identifizierung auch bestritten.